Wie kannst du 800 Euro pro Monat, pro Woche oder sogar pro Tag mit dem Telegram Messenger verdienen? Und das sogar ohne Startkapital. Hier werde ich dir einige Möglichkeiten vorstellen, mit denen du mit dem Telegram Messenger Geld verdienen kannst. Die einen sind eher passiv, die anderen sind eher aktiv, aber diese verschiedenen Möglichkeiten gibt es und du kannst dann einige davon mitnehmen, du kannst einige davon umsetzen und damit Geld verdienen. Aber lass uns mal direkt einsteigen. Hi, Servus, der Eugen von Income Butler hier. Und wenn dich für Online Geld verdienen und passives Einkommen interessiert, sollst du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du benachrichtig, wenn es dreimal pro Woche richtig coole Möglichkeiten, Strategien, Tipps und Anleitungen zum Thema Online Geld verdienen gibt. Ja, Telegram Messenger, jeder kennt ihn eigentlich. Es ist vollkommen kostenlos, die kannst du runterladen, aber es gibt auch einige verschiedene Apps dafür. Die für Telegram geschrieben werden, sondern sind es eher Bots. Die Telegram App an sich kannst du für Android, iPhone und sonstiges runterladen. Gibt es natürlich auch für Windows, Mac und Linux. Jetzt die Frage natürlich, wie kann ich mit Geld verdienen? Die erste Möglichkeit ist zum Beispiel Affiliate Marketing. Du suchst hier ein Produkt aus, zum Beispiel aus Digestor24, gibt es hier aber auch über andere Wege wie die coolsten Gadgets zum Beispiel über Amazon oder was über Amazon das Ganze und schickst rein in diese Telegram Gruppe. Ja, eine Möglichkeit, wie das funktionieren kann. So, das ist die einfachste Möglichkeit. Du musst natürlich schauen, wie du diesen Telegram Kanal befüllst. Und das kannst du auch promoten in Facebook Gruppen, in anderen Telegram Kanälen, auf YouTube und, und, und. Die zweite Möglichkeit ist mit Telegram Bots. Ja, ein Telegram Bot ist ja nichts anderes, der bestimmte Sachen da im Telegram Kanal durchführt. Beziehungsweise ein Telegram Bot, der begrüßt, der automatisch auch Links verschickt oder Angebote verschickt, neue Videos, wenn ihr auf YouTube sind, neue Postings, die auf Social Media auftauchen, auch dort mit reinschickt. Ja, du kannst hier diese API hier nutzen, zum Beispiel, wenn du programmieren kannst oder dir, und das zeige ich dir auch noch in diesem Video, wie du ganz einfach so ein Telegram Bot erstellen kannst. So, wenn du nun so einen Telegram Bot erstellen möchtest, kannst du zum Beispiel hier ganz coolen Hack verwenden. Du kannst dich Google bedienen, aber du kannst diesen Hack verwenden, zwar ChatGPT. Ja, kannst du das von OpenAI verwenden und sagst, erstelle einen Telegram Bot jeden Tag einen mit so einem Spruch voll posten. Zum Beispiel jetzt hier, man siehst, der zeigt dir alle Schritte, die du brauchst. Sag mal, was du alles genau tun musst, was du beachten solltest, was du benötigst, und, und, und. Und wirklich alles ganz detailliert, und jetzt sagst du dann, schreibe dein Python Script, weil er sagt, hier Python Script, ich habe gar keine Ahnung vom Programmieren, aber ich sage, schreibt mir ein Python Script, und dann schreibt er dir ein Python Script mit hier ein paar Motivationssprüche. Diese Quotes kannst du nochmal erweitern, ja, um zig andere, oder eben, was du eben möchtest, das kannst du auch dieser KI sagen. Und dann sagt er dir auch ganz genau, was du noch zu beachten hast, ja. Er sagt, es wird jeden Tag um 8 Uhr gestartet, und soll dann halt immer warten. Also siehst, hier ist einiges möglich, so dass auch welche Channels es ist, welche Uhrzeit, hier den Token eingeben, und sagt ganz genau, was du zu tun hast. Und damit kannst du entsprechend auch Geld verdienen. Jetzt kannst du natürlich auch eine Premium-Gruppe einrichten, um darüber auch dann auch Geld zu verdienen, ja. Also eine Premium-Gruppe, ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Gruppe, zum Beispiel hier, kann man hier, ist eine Gruppe, da sind verschiedene Mitglieder drin, und es wird etwas gepostet. Und diese Telegram-Gruppe, wenn sie Premium wäre, könnten die Personen, die da drin sind, zum Beispiel 47 Euro dafür bezahlen, und würden dann erst hier reinkommen. Wenn sie den 47 Euro Abo kündigen, oder auch 10 Euro, ist ja vollkommen egal erst erstmal, dann würden sie wieder aus dieser Gruppe rausfliegen. Auch dafür kann ein Bot zur Verfügung stellen, oder eine Person logischerweise, du kannst aber auch diesen Kanal, oder den, ja, Bot, oder Telegram-Kanal, Gruppe, sonstiges, als Traffic-Kanal verwenden. Zum Beispiel hier werden immer verschiedene Sachen gepostet, was du eben alles hier machen kannst, etc. Da ist ja auch irgendwie Affiliate Marketing, du kannst auch Traffic-Kanal nutzen, wo du dann nur auf deinem Kanal, auf deinem Produkt, auf deinem Shop, oder wie auch immer, entsprechend das hinschickst, diesen Traffic, ja. Du kannst natürlich auch über diese Gruppe logischerweise auch digitale Produkte verwenden und verkaufen, oder natürlich auch in den Shop, die Produkte davon auch hier anbieten. Du könntest auch in so einer Gruppe, oder Kanal meistens auch entsprechend Werbung anbieten, und auch für diese Werbefläche entsprechend auch Geld verdienen. Auch das ist möglich, ja. Du könntest auch hier Trading-Signale auch weitergeben, wenn du jetzt ein Trader bist, oder dich im Trading auskennst, könntest du das eben zum Beispiel machen, so wie hier zum Beispiel. Hier wurde Verkauf von Gold, Blablub, und so weiter. Und wenn das dann eintritt, oder die Leute es kaufen, kann man das auch noch hier mit Affiliate Marketing zusammen mit reinnehmen, und man verdient auch damit doppelt Geld. Einmal, weil man eine Premium-Gruppe hat, dort werden Trading-Signale vergeben, zum Beispiel, oder Informationen, und über die Affiliate-Links verdient man auch nochmal Geld entsprechend, ja. Der User bekommt dadurch aber einen Mehrwert, dem hilft es, und hat keinen Nachteil. Ihr könnt aber auch entsprechend auch Moderator sein, als solch eine Gruppe sein, und damit eben aktiv teilnehmen, und damit aktiv Geld verdienen, wenn du pro Monat bezahlt wirst, ja. Dann gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, dass du eine Dienstleistung anbietest und darüber verkaufst, das geht auch. Zum Beispiel Designs, oder sowas, das kann man auch in diesem Telegram-Kanal suchen, du kannst dir sagen, hey, Designer, oder sowas, ja, schauen wir mal mal mal, Telegram-Designers, und du siehst, hier sind verschiedene Designer, Graphic Designer, UX Designer, also die verschiedenen Designer, die hier ihre Dienstleistung auch anbieten. Also auch das würde gehen, ja, Designs, ja, kannst du hier auch nochmal sagen, Sales Training oder sowas, ja, Sales Training, Sales Club, Sales Training Program, also siehst, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du da was anbieten kannst, ja. Ja, auf jeden Fall, ziemlich, ziemlich viele Möglichkeiten, die es hier so gibt, wie du mit Telegram Geld verdienen kannst, und du sagst, hey, das ist noch immer nicht so für mich, dann kannst du natürlich logischerweise auch mit Copy Trading Geld verdienen, ja, so hier die Sachen vom guten Trader kopierst, wird bei dir eröffnet, Position und auch wieder geschlossen, und dann bekommst du eben dein Profit, ja, wie du hier siehst, ein paar Trades gelaufen, das Gute ist, es ist vollkommen passiv, du musst natürlich das einstellen, du musst einen guten Trader finden, und dann geht es eigentlich schon los, ja, natürlich geht es auch manchmal im Minus, das ist auch vollkommen normal, es ist schlimm, wenn es nicht so wäre, ja, wenn man diesen Trader jetzt mal anschaut, Gold Experte zum Beispiel, schauen wir uns seine Stats an, dann sieht man, es geht kontinuierlich nach oben, aber er hat natürlich auch hier schlechtere Tage, also wo es auch Minus gibt, was auch vollkommen in Ordnung ist, es ist unmöglich, jedes Mal damit Profit zu machen, und du siehst hier, wie der Statistik aussieht, da gehen wir auf Trades zum Beispiel, ja, okay, diese Statistik aus, wunderbar, und könnten hier über Autocopy entsprechend kopieren, ja, wichtig ist, schau dir wirklich die Statistik hier an, wie er tradet, wie es aussieht, wie groß die Trades sind, und, 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 also es ist schon natürlich ganz, ganz wichtig zu beachten, auch die Information, was hier steht, ähm, wie viel du benötigst, ja, 13.000 Euro für 20%, das heißt, du brauchst wirklich schon einiges an Geld, das heißt, dass man 5 nimmst, dann hast du 100%, das heißt, du bräuchtes hier in diesem Fall 65.000 Euro, mit dem Komplett, ähm, kopieren könntest, brauchst du aber nicht, du kannst auch schon mit 500 Euro oder 1000 Euro starten, und dann halt nur einen Bruchteile von kopieren, ich empfehle dir immer wieder, ja, wenn du das Ganze machst, macht immer Amount, ja, zum Beispiel 150 Euro, 200 Euro pro Trade, und niemals Percentage, weil, wenn der Trader einfach einen zu hohen, ähm, ja, zu hohen Trade macht, oder sich vertut, ist ja vollkommen egal, dann kann es bei dir entsprechend auch reinkommen und das deine Marge negativ beeinflussen, deswegen würde ich immer hier mit, ähm, festen Werten arbeiten, ja, natürlich ist es natürlich auch ganz klar, immer wo du Geld investierst, ist irgendwo auch mit Risiko behaftet, ganz klar, aber auch eine ziemlich coole Möglichkeit, wie du online Geld verdienen kannst.